hallo ihr lieben ich weiß nicht ob du dir das vorstellen kannst manchmal hat man die qual der wahl nehme ich jetzt zitrone oder nehme ich orange oder nehme ich zitrone oder nehme ich orange oder nehme ich zitrone weißt du was das tolle an doTERRA ölen ist egal welches öl alle öle von doTERRA haben den gleichen hohen qualitätsstandard cptg certified pure tested grade also garantiert reine getestete qualität du kannst dich darauf verlassen dass sie 100 prozent frei von allen verunreinigungen sind und dass sie durch viele viele tests gegangen sind und damit wirklich 100 prozent sicher das ist so wohltuend wenn du dann wirklich weißt du kannst dich auf jedes öl immer verlassen und brauchst keine sorge um die qualität zu haben das ist ja das was wir immer wollen und naja dann kommt schon mal die problematik nehme ich jetzt orange oder zitrone oder orange oder zitrone oder orange was für ein wunderbares problem was ich da habe